Ach, jetzt ist die Steinstufe weg. Na toll. Habe ich die völlig falschen Dinger hier mitgenommen? Nein. Ich bin mich hier gerade voll am konzentrieren. Ja, ich glaube, so kann man das machen. Bei der schönen Minecraft-Musik. So, wir haben aber Gott sei Dank normale Steine mitgenommen. Machen wir mal ein paar. Nicht alle. So, 30 muss genügen. Den einen Stein holen wir uns gleich auch wieder ab. So, den lasse ich mal hier oben. Aua. Boah, das ist aber schon echt eine gute Höhe, ey. So. Jetzt habe ich aber noch was vergessen. Boah. Aber das bleibt ja nicht so. Die Beine nehmen wir mal mit. Und dann gehen wir nochmal schnell nach hinten. Ich habe ein wichtiges Utensil vergessen. Ach ja. Boah, heute haben wir mein Auto zugelassen. Boah, bin ich happy, dass... Ich habe ja jetzt mein allererstes Auto. Boah, da bin ich richtig happy drauf, ey. Richtig geil. Wo will ich denn hin? Es war ein altes Auto. Das ist ein alter BMW. Aber egal. Ich freue mich da mega drauf. Ich bin auch heute schon gefahren und habe Mama von der Arbeit abgeholt und so. Ja, macht echt Laune. Ein eigenes Eutekin zu haben. Ist das denn hier hinten? Tatsächlich können wir auch nochmal mitnehmen. Das haben wir. Ich nehme auch nochmal hiervon mit. Und dann müssen wir hier nochmal an die Kiste hier gehen. Ich denke mal, das sollte reichen. Und ich bin am überlegen... Aber ich glaube, ich mache das auch aus Stein, oder? Ja. Ich mache das auch aus Stein. Ach, ich habe noch was vergessen. Mal gucken, ob ich davon noch genügend habe. Das heißt, wir brauchen Sand. Und dann nehmen wir uns mal ein bisschen Koppel mit. Nein. Nehmen wir uns die 17 Koppel mit. Werkzeuge. Du bist noch nicht gebraucht und du auch noch nicht. So, dann wollen wir mal wieder zurück. Ich muss mal gucken, wie wir das jetzt am... ...am besten machen. Boah, ist das geil, so schnell zu schwimmen. Brauchst du schon bald kein Bötchen mehr. So. Workbench. Zack. Dann nehmen wir mal ein bisschen Kohle in die Hand. Und Sand. Hey, das hat sich gereibt. Du kommst mal weg. Du und du auch. So, das hier muss ich wieder abholzen. Ich plante mal hier schon mal. Sonst ist das nämlich gleich hier zu dunkel. So. ein sandstein ad war ja nur mal ein versuch und die steinziegel brauche ich jetzt ja die steinziegel brauche ich ich hoffe 36 reichen aus nein natürlich nicht so die 16 müssen jetzt aber so das hier müsste eigentlich die mitte sein oder 1 2 3 4 1 2 3 4 hier ne hier ist die bitte 1 2 3 4 1 2 3 4 ja wunderbärchen so aua nur damit man schon mal sieht wie das hier lang geht ach so die tür könnte ich eigentlich auch mal wieder so dann nehmen wir schon mal okay das ist jetzt nicht wirklich die welt nein das war überhaupt gar nichts aber die sind ja recht billig die gläser ich hasse es glas anzubringen diese kleinen glasscherben so wenn man das so schwer sehen kann und jetzt durch den shader mod ist das gar nicht mal so leicht muss ich ehrlich gestehen na ja das schaffen wir aber noch so hier kommt man rein so dann müssen wir hier dafür brauche ich aber die stein stufen die schere brauchen wir gerade nicht die brauchen wir gerade auch nicht aber die steine so so dann machen wir das hier auf einer ebene und dann machen wir die besser 3 breit und dann können wir nämlich nicht runterfallen nee du bist falsch du musst hier hin dann haben wir hier wieder stein ja das ist besser sondern können wir hier schon mal einmal raus nehmen die schaufel brauchen wir gerade auch nicht zack na hier wo man überall stehen kann plopp kommen fenster rein wir müssen aber nochmal ähm steine machen ich habe mir mehr steine mitnehmen sollen machen wir jetzt mal 61 aber das wird nicht reichen neun steine verbraten wir erstmal die so jetzt kommen hier aber erstmal wieder die halben da haben wir da haben wir so hier kommt jetzt wieder glowstone drauf und die die scheiben so auf der anderen seite müssen wir jetzt noch warten so jetzt kommen hier wieder zack 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 na und wie ihr seht hier können wir nicht runterfallen das ist genau das was ich haben wollte so wir haben auch noch von außen ähm fackeln dran die müssen wir auch noch beseitigen so ja ist noch ganz schön weit hoch muss ich sagen so dann können wir hier auch schon mal die umrandung machen so Trump drauf und dann